Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge I am Alive. So, wir sind hier stehen geblieben und ich habe offscreen mal kurz geguckt, wo es hier weitergeht und da habe ich gemerkt, hier steht öffnen, wenn man hier nah genug drankommt und das machen wir jetzt. So, und wir drücken die Maustaste ganz oft hintereinander, damit das Teil auf geht. So, ach ja, war auch gar nicht schlimm, jetzt den Speicherpunkt nochmal wieder zu holen, ich musste nur die tausend Milliarden Typen abknallen und dann den nochmal und bla bla bla, hat überhaupt nicht lange gedauert. So, soviel dazu. Okay, jetzt geht's weiter. Red Line, Exit. Kommen wir hier vielleicht endlich raus, aber ich wette, da ist jemand ja. Ich kann ja die Tischenlampe irgendwie ausmachen. Ich glaube nicht. Okay, ähm. Oh, da hockt auch einer. Da gibt's Essen. Sind die vielleicht? Komm, wir gehen nochmal zu dem hier. Oh, der weint, der weint. Hast du Zwiebeln gesehen? Okay. Ja, den scheint gar nichts mehr zu interessieren. Nicht mal ich. Ich meine, ich bin ja wichtig, aber nein, 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 ich bin dann die Hauptperson dieses Spiels, aber okay. Hi, Leute. Ja, was kommt denn? Kann ich mal euer... Dankeschön. Ja, ganz normal, das... Ich verstehe zwar nicht, was da die Logik ist, dass da ein Riesenstück, Stück Großfleisch da drin liegt, aber naja, so ist halt die Apokalypse. Ja, passt ja. Bin ich ja zufällig. May, kliess deine Augen. Hey, uh, keine Ahnung, Mann. Es ist immer sehr, sehr kalt. Oh, was... Oh, was... Hm. Scheinen... Was soll ich machen? Ich hätte zwei Kugeln. Den einen könnte ich abknallen, den anderen umnieten. Und dann könnte ich wahrscheinlich da Leute befreien. Ich glaube, das ist ein bisschen illegal, was die da machen. Ich meine, wenn das die Polizei rausfindet, ne, dann ist ja... Na, okay. Ach, halt die Fresse. So. Ausstürze. 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 Komm, dann. Jawohl. So. Gibt's dir gut? Nein. Okay, ist ja gut. Okay, kann die ballen. Oh Gott, das Fleisch, was ich eingesteckt hab. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Kann ich das hier aufmachen? Ach, auf der Schloss, ich hab gleich keine... Oh Leute, ihr tötet mich damit. Ah. Jetzt hab ich keine Munition mehr. Sehr schön. Ich hoffe, da drin ist was. Okay. Okay. Zufällig. Das könnte jemanden glücklich machen. Ja, rattenvermöchig. Es war eine ganze neue Runde, als die Schmutzklaut begonnen hat. Es war eine Stampeade, um zu den Boten zu kommen. Äh, um zu spüren, um zu spüren, um zu spüren, um zu spüren, um sich zu spüren. Es war eine Schmerz. Ich habe gesehen, dass... ...eine Leute haben ihre Gedanken geändert und hinter sich gehalten. Ich selbst auch. Das ist alles sinnvoll. Da ist doch noch was passiert. Äh, da holt auch noch eine irgendwo. So, liebe Leute hier. Kannibalen, habe ich gehört. Ja, schmeckt's. Sie können ein bisschen von unseren Essen haben. Enjoy, Edwin. Ja, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Alzheimer haben sie auch alle. Also, Menschenfleisch gibt Alzheimer. Denk dran. Hi. So, mal gucken, ob's hier hinten... Oh, hier geht's auch rein. Hallo. Na? Cool. Warum ist jeder mich jetzt? Nicht jeder mich. Bist du mich? Nein, ich versuche, ich bin nicht. Geht's hier weiter? Ich glaube, hier würde ich der Hauptstory weiter folgen. Aber da hinten gab's noch was, was ich sehen will. Also, da ging's nur irgendwo rein. Schauen wir uns erst mal an. So. Ja, ich hab halt keine Munition mehr. Das ist jetzt ein bisschen schade. Äh, müssen wir gleich mal schauen, wie wir das regeln. So, ich glaube, hier ging's noch hoch, ne? Jawohl. Das will ich mir erst mal anschauen. Ah ja, sieh an, ein Wasser. Wenn sich das nicht gelohnt hat. Und da hinten ist noch was. Ich hoffe halt auf Kugeln. Hauptsächlich. Jawohl. Und an... Oh, zwei Kugeln sogar. Nice. Okay, dann können wir wieder los. Hat sich gelohnt. Definitiv. So, hier rein. Hier raus. Hier runter. So, 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 so. Und hier lang. Ja, 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 ja. Endlich läuft's mal. Also, mir ist in den letzten acht Minuten, obwohl, ne, sechs Minuten nehme ich auf, äh, nichts Schlimmes passiert in diesem Spiel. Wow. Ist noch nicht nervig. Noch nicht. Sehr schön. So, aber jetzt geht's weiter an die Hauptstory und jetzt wird's wahrscheinlich wieder nervig. Ich freu mich. So. Okay. Das wird voll aufregend. Komm, wir machen eine Spritztour. Lass uns einfach runterspringen. Ähm. Ja, das wird wirklich aufregend. Kann ich hier irgendwie... Jawohl. Ah ja, okay. Okay. Don't look down. Du... In fact, just close your eyes. Open them only when I can... Okay. So, wo ist die... Ich hab' hier... Ich hab' hier... Äh, wo muss ich eigentlich hin? Das wäre vielleicht gut zu wissen. Da auf diesen... Überhang erstmal. So, hier erstmal absetzen. Ah. Okay. Kannst du bitte... Ich drücke... Fucken... Ich drücke... Ich drücke... Leertaste. Hallo. Ha. Okay. Okay, ich drücke auch in eine Richtung, aber es interessiert dich ja wohl nicht, was meine Meinung ist. Also, fuck you. Okay, muss ich hier nochmal kurz... Hinsetzen. Komm, jetzt bleib' verstehen. Okay, ich hab' Leertaste gedrückt, aber... Ich wollte es nicht machen. Es geht schon wieder los. Na gut. Ähm. Da hoch kann ich auch nicht, oder? Ja. Genau, das wollte ich. Okay, nochmal absetzen, sonst hab' ich vielleicht wieder keine Ausdauern. Diesmal konnte ich's... Ja. Okay, ich geh' diesmal hoch und werd' mich gleich bis darüber machen. Ja. Na gut. Komisch. Alles sehr komisch. Die Steine einfach mal so... Ja. Die rutschen einfach nur ein bisschen runter. Steine sind halt so ein bisschen klitschig. Also... Die haben keine Haftung, wurden mit Uhu-Kleber da so festgemacht. So. Äh... Nope. Ah ja, hier. Bläh. So. Nein. So. Läuft doch wie am Schnürchen heute. Kann ich auch was machen, oder? Achso, ne, ihr wollt nur mal in so einer... Äh, total sinnvollen Zwischen. Sie können es mir zeigen, wie es zwei Meter weiter hinter mir aussieht. Sehr schön. Gut zu wissen. Okay. Hier gehen wir mal rein. Ich schätze mal, hier muss man rein, oder? Kann man rein? Eine Kanne Soda. Sehr schön. Okay. So, da scheint man hier wieder runter gehen zu können, oder klettern zu können. Das machen wir doch. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und... Ah. Ah. Ich hoffe, das lohnt sich. Ich glaube, man hätte... Oder? Nee. Ist doch richtig. Äh, jetzt rutsch aber runter. Jawohl. Ah, Munition. Na gut, hat sich gelohnt. Aber eigentlich ging es, glaube ich, in die andere Richtung. Aber... Erkunden lohnt sich. Man könnte nämlich... irgendwas finden. So was, wie ein Brot oder so, ne? Oder halt Munition. So. Und einen großen Hopser. Sehr schön. Und vielleicht nochmal hoch. Und vielleicht nochmal einen... Nein, das kannst du nicht. Okay. Kann ich hier abspringen? Ja, runter bitte. Ha, ha, ha. Doch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm, 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 komm. Lass mich nicht hängen. Oh Gott. Warum, warum, warum konnte er das denn jetzt nicht? Das zackt doch wieder. Okay, ähm, was kann ich mal nehmen? Gesundheit kann ich eh brauchen. Das ist doch perfekt. Oh, was hatte ich denn da? Achso, das sah immer aus wie eine Keule. Ich dachte schon. Oh, na gut. So, kann man... Ist auch mal schön, äh, wenn man nicht weiterkommt, einfach mal alle Ränder abklappern. Ob man so runtersteigen kann oder nicht. Denn nur die, die man wirklich braucht, kann man runtersteigen. Alles andere nicht. So frei ist das Spiel. So, eigentlich muss man da jetzt doch rüber, oder? Weil sonst... Weil da kann man so ganz chillig, so einfach, weißt du? Aber irgendwie will er das nicht. Komm schon. Oh, komm, jetzt ist das, was du nicht schaffen würdest, ey. Komm und das, ey. Pussy, echt? Meine Güte. Haben wir heute Angst, ey, oder was ist los? Na gut. So, okay, passt. So, okay, passt.